Hier sind wir auf der Köln-Serie, Querstraße 8, hier geht der Ocean Drive richtig los. Wir fahren jetzt bis zur 31. Straße, mal gucken, ob wir mit dem Bus fahren oder mit dem Taxi, mal gucken, wie der Preise sind. Matthias, was wollen wir machen? Wollen wir mal mit dem Taxi fahren? Aus meiner Sicht am liebsten mit dem Taxi, weil mit dem Bus dauert es wahrscheinlich stundenlang, weil ich sehe hier überhaupt kein Bus, dass hier einer kommt. Hier drüben hält gerade ein Bus, Schatze. Mit dem Bus ist es günstiger, hierher zu fahren, aber Matthias verprasst ja eh das Geld am liebsten, deswegen nimmt er das Haken. Hier gibt es dem Matthias einen Tisch, den er sich bestellt hat und die Stühle, die würden gut zu uns passen, aber sein Geldbeutel hat leider nicht gereicht. Die Kreditkarte von Matthias hat Dill gemacht. Dill, Dill, Dill hat sie gemacht und hat gesagt, leider können wir Ihnen das nicht zuschicken, Matthias, oder? So ein Mist aber auch, ne? Hier gibt es Zigaretten am Ocean Drive. Hier eins von den kleineren, die Toiletten hier, das sind eine Straße, ihr habt ja Toiletten und hier kann man dann schön runterlaufen. Gibt es dann auch ein paar schöne schrille Schuhe, was schickes für die Kramen, die man, glaube ich, hier einkaufen. Hier sind wir bei der 8. Straße, wir gehen jetzt mal quer, der Ocean Drive, ist die Hölle los. Wir nehmen eine Straße weiter, werden wir jetzt zum Hotel gehen und werden dann schön im Hotel zwei Abendessen. Es war traumhaft schön auf dem Ocean Drive, Party, Party, Party und es gibt viele Cocktails hier. Es sieht toll aus, das Hotel sieht aus mit Diamanten, ganz klein, schnucklige Sardin, direkt in der Collins Avenue. Die Querstraße ist dann direkt im Ocean Drive und hier ist Leben, ab der Straße. Jetzt fangen wir die Kramen hier hoch, von da hin bis 321 Straße hoch. Und da sieht man dann mal schön, was es hier gibt, hier gibt es schon. Und dann oben auch eine ganze 8. Sechzehntel-Sparse und die ganze Zeit ist von jetzt hier. Oh, Akku leer. Okay. 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 Oh, brains! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.